Wer sich gerne impfen lassen möchte, hat morgen in Bad Urach ganz unkompliziert die Gelegenheit dazu. Bei der Feierabend-Impfaktion ohne Anmeldung können sich Impfwillige auf dem Marktplatz vorm Rathaus kostenlos gegen Corona impfen lassen. Das Angebot gilt für alle, die mindestens zwölf Jahre alt sind und noch keine Impfung erhalten haben. Es kann zwischen den Impfstoffen BioNTech und Johnson & Johnson gewählt werden. Mitzubringen sind ein Ausweis, der Impfpass und die Versichertenkarte der Krankenkasse. Kinder und Jugendliche müssen außerdem eine formlose Einwilligungserklärung der Eltern mitbringen.